Ich bin Helma Sick, Finanzexpertin in München. Ich habe vor 30 Jahren das Unternehmen Frau und Geld, Finanzdienstleistungen für Frauen gegründet. Seit 30 Jahren beraten wir Frauen in allen Lebenssituationen zur Altersvorsorge unter anderem. Ich schreibe aber auch zu Geldthemen für die Zeitschriften Brigitte und Brigitte Wummen, kenne also die Lebenssituation von Frauen so gut wie nur ganz wenige. Ich habe mehrere Bücher geschrieben, zuletzt das Buch Ein Mann ist keine Altersvorsorge zusammen mit der früheren Bundesfamilienministerin Renate Schmidt. Und da geht es unter anderem darum, dass viele Frauen heute sehr gut ausgebildet sind und auch eigenes Geld verdienen, aber immer noch viel zu viele sich auf einen Partner verlassen, viel zu lange aus dem Beruf aussteigen und später finanziell wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen. Viele ganz praktische Beispiele in dem Buch zeigen, wie die Lebenswirklichkeit vieler Frauen ist.